So, man kann wirklich das Reit-Tier nicht so benutzen. So, ich kann das Reit-Tier nicht so benutzen. Was ist denn das für ein Baum? So. Also, gehen wir wieder zurück. Geschafft. So, noch eine Quest. Töte 200 Meis-Escorten. Die ist hier oben irgendwo. Oben. 32. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 11. 11. 12. 12. Vielen Dank. So, hoffentlich bekommen wir jetzt mehr Quests. Wir gehen nämlich die Quests aus und es ist halt ein bisschen blöd, kommen dann hier hoch irgendwie. Cool. So, wo haben wir die Quests? So, dazu müssen wir hier hoch. Hm, die streiten sich, ob er richtig hoch gelabelt hat oder nicht. So. Hm. Fünf Skelettshell von altes Schneeskelet. Okay. 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 So. Oh, ein bisschen. So. Okay. Okay. So. 3-5-6, okay. Die nächsten sind da drüben. Kleine Crystal Golems nachher. Was sind die Handen? Da oben ist nur eins. Komm schon. So, haben wir auch das besiegt? Das nächste wartet schon gleich. Auf der Rebellion. So, haben wir auch hier. Und wo kommt die? Kommt die nicht? Ah, da kommen sie. So. Das ist doch für die Zuschauer zu. So, Crystal Wächter 4-6. Nein, wenn ihr... So, da haben wir das. Schon keine Köstung. Ah, hat schon gesagt, die Bricke. Schneewolf. Die Stabs sieht cool aus. So, feiert. So, kein Stabs. So, die Stabs. So, die Stabs. Ich kann mir leider keine empfangen irgendwie. Ich habe auch ein bisschen bekommen. Ich darf doch schatten. Oh cool. Und ein Stück Fleisch. Das ist die Idee als wie Käse. Heute. Heute. Heute noch bitte. Nein, ist gar nicht verbargt. Das ist gar nicht verbargt. Das ist gar nicht verbar. Schon wieder festgehangen. Ein bisschen. Ah stimmt. Das ist gar nicht verbargt. Das ist gar nicht verbargt. Das ist gar nicht verbargt. Das ist gar nicht verbargt.